Willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen ATTAS Tutorial. Heute ausnahmsweise ohne Facecam. Ich werde jetzt hier kurz und knapp eine neuere Funktion von ATTAS vorstellen in Bezug auf die Big Trades. In Vergangenheit habe ich das schon einmal gemacht und habe einige Möglichkeiten vorgestellt, wie du dir diese starken und auffälligen Market Orders anzeigen lassen kannst. Jetzt haben wir hier eine weitere Funktion. Die heißt Adaptive Big Trades und jetzt siehst du, hier haben wir nicht ganz so viel einzustellen. Die Size, die bezieht sich auf die visuelle Size und nicht etwa auf die Lot Size. Wir haben hier quasi nur einmal die Farben und einmal die optische Darstellung. Mehr ist jetzt hier nicht vorzufinden. Eine Sache, die kann jetzt hier in meinen Augen auch schon gleich folgen, die ist jetzt hier nicht zu sehen. Also einmal ganz kurz erst einmal die Funktionsweise. Das hier sind jetzt die Big Trades, die wir momentan auf diesem Monitor sehen können. Das heißt, es wird nur gescannt von hier bis hier hin. Alles was außerhalb ist, fließt hier nicht in die Berechnung mit ein. Wir haben jetzt hier die zehn stärksten Trades, die wir auf unserem Monitor sehen. Das ist kurz und knapp die Funktionsweise. Wir haben jetzt hier noch einen weiteren Vorteil, nämlich den hier. Wir können hier also genau sehen, was hier innerhalb dieses Trades vorgefallen ist und auf welche Art und Weise. In dem Fall auch zum Beispiel mit einer Slippage von zehn Ticks. So, jetzt können wir mal Folgendes machen und ich zoome hier mal rein. Du wirst auch feststellen, auf einmal kommen auch hier weitere Trades, die zuvor so nicht zu sehen waren. Ist auch irgendwo logisch, dann entfallen eben einmal diese starken und es kommen einige hinzu, die etwas schwächer sind. Ist glaube ich nachvollziehbar. Ja, ist auch denke ich eine Funktion, die spannend ist für jeden, der sich mit dem Skyping beschäftigen möchte, für jeden, der auch etwas tiefer im Orderflow steckt und die können in sehr, sehr vielen Fällen sehr, sehr nützlich sein. Das hier ist jetzt auch schon so ein bisschen angelehnt an die Optik von Bookmap. Wir haben jetzt hier natürlich auch als Beispiel, hätte man hier einfach short gehen können, aber bitte nicht einfach nur aufgrund eines Big Trades mitgehen. In dem Fall würde es aufgehen, in dem Fall würde es auch aufgehen. Da unten siehst du, er wurde einfach nur aufgefangen, es ging hier nicht mehr tiefer und long. Ja, sehr wahrscheinlich ausgestoppt worden. So ähnlich wie auch in dem Fall. Eventuell hier eine Posi aufgebaut und er wollte hier long. Der Markt ist hier wieder eingetaucht in die Value Area. Hier war sein Stopp einmal ausgestoppt und er ist aus dem Markt. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die man erstmal deuten muss. Ihr müsst auch ganz, ganz stark auf den Kontext achten und dann können solche Trades sehr, sehr nützlich sein. Was man jetzt hier noch verbessern könnte bzw. hinzufügen könnte, wären noch einige Einstellungen. Wie auch schon gesagt, haben wir hier momentan nur die Möglichkeit, diese Optik einzustellen und ich denke, es wäre ganz nett, wenn man selber entscheiden könnte, ob man hier 10 Trades sehen möchte oder vielleicht nur 5, vielleicht aber auch 20 oder noch mehr. Das dürfte auch keine performance-technischen Probleme darstellen. Wir haben hier auch andere Indikatoren, die auch deutlich mehr einzeichnen können und auch dann läuft alles flüssig. Aber gut, ich denke mal, das hier ist noch ausbaufähig und da wird vermutlich noch einiges hinzugefügt. Ist auch interessant für Leute, die vielleicht einmal am Morgen handeln wollen, um 10 Uhr morgens vielleicht und einmal nach der US-Eröffnung. Da haben wir ein ganz, ganz anderes Volumenaufkommen und da wäre es jetzt in dem Fall nicht notwendig, an irgendwelchen Filtern zu schrauben. So viel zu diesem Mini-Tutorial. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Wenn dem so ist, lass ein Like da. Ansonsten war es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.